Ja, schön, dass ihr heute wieder bei diesem Klartext-Video dabei seid. Heute geht es um das Thema Matchmaking und eigentlich gemeinsames Spielen bei World of Tanks. Und das ist eigentlich echt traurig, was Wargaming da macht oder World of Tanks im Speziellen, denn man muss ganz ehrlich sagen, wer von euch findet, dass World of Tanks nach wie vor ein reines Multiplayer-Spiel ist? Und Multiplayer meine ich jetzt nicht, dass ihr 15 gegen 15 oder vielleicht 30 gegen 30 oder was auch immer spielt, sondern dass ihr eure Mates packt, dass ihr Spaß habt, dass ihr Züge spielt oder Sonstiges oder Klanos, was auch immer. Nein, mittlerweile ist leider der Trend so, dass man bei World of Tanks am liebsten alleine spielt. Und das ist ja der komplett falsche Hintergrund. Klar, man kann zu dritt im Zehner vielleicht spielen, mag sein, mag gut sein, okay. Aber, wie oft ich es jetzt mittlerweile im Stream lese oder selber da auch dazu gehöre, dass ich sage, nee, ich spiele lieber allein, weil da habe ich ein besseres Matchmaking. Das kann doch nicht sein, dass ein Multiplayer-Spiel dahin designt worden ist, dass man gefühlt bestraft wird, wenn man auch mit seinen Leuten zocken will. Oder Clan Wars. Clan Wars entwickeln sich auch gefühlt nicht in die richtige Richtung, um das Multiplayer-Gefühl weiter zu steigern und mit seinem Clan zu spielen und tolle Gold-Ausschüttungen zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist gerade das größte Problem, das ich bei World of Tanks sehe, ist nicht irgendwie, es mag viele kleine Probleme geben. Aber, und das ist für mich das einzig Wahre, World of Tanks ist ein Spiel, das man im Multiplayer mit seinen Mates und vielleicht seinen Clan und was auch immer spielt. Und aktuell geht World of Tanks in die Richtung, dass du sagst, ja, nee, mein Matchmaking ist so kacke, ich spiele lieber alleine. Und hey, das kann doch nicht im Sinne des Zeichen oder im Sinne des Erfinders gewesen sein überhaupt. Weil, warum macht man sowas? Auch das Thema mit dem Karten-Matchmaker. Wenn ich bedenke, wo der ursprünglich sozusagen überarbeitet worden ist, wie viele verschiedenste Karten ich da bekommen habe, mittlerweile gefühlt immer doch wieder die gleichen. Also irgendwie auch da ein essentieller Rückschritt. Aber nicht nur das, das Thema mit dem Grand Battles auch nochmal ein schönes Thema. Denn mir wurde auf der Gamescom im Pressebereich gesagt, dass man aktuell 30 bis 40% Wahrscheinlichkeit haben sollte, im 10er-Gefecht in die Grand Battles zu kommen. 30% wenn alles aktiviert ist, 40% tendenziell etwas höher sogar, wenn nur Standard-Gefechte und Grand Battles aktiv sind. So, jetzt habe ich irgendwo auf einmal 10% gelesen. Und nicht mal mehr das. Gefühlt spiele ich, wenn ich mal 10er spiele, was nicht so häufig der Fall ist, aber bis ich mal in die Grand Battles komme. Hey, das ist aber witzig. Und, ich kann mich auch erinnern an Aussagen von Wargaming ganz früher, wenn eine neue Karte kommt, dann ist die in dem Patch, wo die Karte erscheint, ist die auch häufiger die Wahrscheinlichkeit, die anzutreffen. Hey, mal ernsthaft. Was ist denn da schon wieder los? Der Matchmaker ist hart für den Arsch. Du spielst am liebsten alleine, weil du sonst gefühlt bestraft wirst. Der Karten-Matchmaker schmeißt dich immer auf die gleichen Karten. Grand Battles, mir gefällt es nicht, aber mag er dem einen oder anderen richtig taugen. Aber gefühlt muss ich sagen, wieder mal ganz, ganz, ganz viel für den Hintern. Und ich hoffe, dass Wargaming da jetzt irgendwie gegenarbeitet und sie die Matchmaker so überarbeiten, dass dieses 3-5-7-Konzept, was ich nicht schlecht finde, aber endlich mal fruchtet und endlich funktioniert und du dann auch mit deinen Mates auch mal in dem Achter mal Spaß haben kannst und sagen kannst, okay, wir sind top tier und nicht, wir sind immer nur die Auffüllenden für 9er, 10er-Gefechte oder mit einem 6er, 7er oder was auch immer. Das kann nicht das Ziel von einem Multiplayerspiel sein, dass man immer gefickt wird, wenn man mit seinen Kumpels spielen will. Und da hoffe ich, dass Wargaming und World of Tanks dran arbeiten und dass das wieder besser läuft, weil ich muss sagen, aktuell ist das für mich der falsche Ansatz. Gut, das war es auch schon. Heute ein kurzes, knackiges Video mit meinem Klartext zum Thema Matchmaker, 3-5-7, Grand Battles, Clan Wars. Für mich geht aktuell alles in die falsche Richtung, aber ich denke, das ist jetzt dabei angekommen. Ich sage vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu und falls nicht, sagt mir doch bitte eure Meinung. Das würde mich auch sehr interessieren, weil klar, ich bin hier nicht der Vortanzer, sondern auch eure Meinung zählt. Also, wenn ihr da was habt, haut es raus. Ich bin weg. Euer Alcaramba.